... zu sehen, ein weiterer Neuzugang bei Borussia Dortmund, Adrian Ramos von Hertha BSC gekommen. Und da ist Aubameyang und da ist das Zweite! Gerade als die Bayern hier sich neu aufstellen wollten, trifft der BVB. Das ist seine Spider-Man-Maske mit dem Spitznamen kam er hier aus Saint-Étienne an. So, nochmal. Die Bayern haben eigentlich genug Leute im 16m, aber niemand ist bei Aubameyang völlig blank. Erst ganz spät wird er attackiert, trifft dann ganz genau. Jetzt erst der Schritt von Boateng, der Aubameyang gar nicht sieht. Und dann war es wohl der Strumpf, das Versteck für die Maske. Und das ist Jürgen Klopp in seinem Element. Der Torschütze von eben, Aubameyang geht raus.